Gerne erkläre ich dir, wenn man Radiosondierungen, auch Emagramme genannt, interpretiert, was für die Thermikronose sehr nützlich ist. Zuerst klicke ich auf das Geleitschirmsymbol und dann auf CH, um Zugang zur Webseite von Meteoschweiz zu haben, wo ich die Möglichkeit habe, Radiosondierungen, also echte Daten der Atmosphäre, herunterzuladen. Und das nämlich für verschiedene Regionen und für zwei verschiedene Zeitpunkte. Ich entscheide mich für die Radiosondierung von PAYERN vom 22. November um 13 Uhr lokaler Zeit. Und so sieht die Radiosondierung aus. Ich kann mit der Interpretation beginnen und da muss ich zwei Dinge wissen. Erstens, die Achse der Temperatur ist schräg. Das heisst, wenn diese rote Linie, die sogenannte Zustandskurve, die abbildet, welche Temperatur die Atmosphäre auf verschiedener Höhe hat, wenn diese rote Linie entlang von dieser schwarzen Linie verlaufen würde, noch besser, wenn sich diese rote Linie da befinden würde, wo die schwarze Linie ist, dann würde heissen, dass auf jeder Höhe man eine Temperatur von 0 Grad hätte. Das wäre eine mächtige Isothermie eigentlich. So etwas gibt es gar nicht in dieser Form. Trotzdem, die Temperaturachse ist schräg und da wird die 0 Grad Linie für jede Höhe abgebildet. Falls meine Zustandskurve nach oben verläuft, geradeaus nach oben, dann würde heissen, dass die Temperatur der Atmosphäre pro 100 Meter um etwa 0,5 Grad sinken würde. Und wenn meine rote Linie, meine Zustandskurve, so nach links verlaufen würde, dann würde heissen, dass die Temperatur der Atmosphäre pro 100 Meter um etwa minus 1 Grad sinkt. Also, die Temperaturachse ist schräg, das muss man bewirksichtigen. Und was man noch wissen muss, ist die Höhe, finden wir mal heraus mit der rechten Achse, die Höhe ist in Kilometer angegeben, also für jede Höhe, 1.000 Meter, 4.000 Meter, bis fast 7.000 Meter, finde ich heraus, wie hoch die Temperatur der Atmosphäre war, also wirklich für jede Höhe, und wie hoch die Tautemperatur war. Mit dieser Information kann ich jetzt mit der Inspiration des Semakrams beginnen. Zuerst muss ich eine Referenzhöhe bestimmen. Die Referenzhöhe ist die Höhe, bei der die Thermiker voraussichtlich den Boden verlassen werden. In Fiesch würde ich zum Beispiel eine Höhe von 2.000 Meter als Referenz nehmen, im Mittelland von 500, 600 Meter und für Jura-Oster nehme ich nun eine Referenzhöhe von etwa 800, 850 Meter. Ich gehe davon aus, dass auf ungefähr etwas Höhe ich erwarten kann, dass Thermiker den Boden verlassen. Auf dieser Höhe, 800, 850 Meter, hatte die Atmosphäre eine Temperatur von etwa 0 Grad und die Tautemperatur betrug etwa minus 4 Grad. Das heisst konkret, würde jetzt plötzlich die Temperatur der Atmosphäre von 0 Grad auf minus 4 Grad sinken, dann würde sich wahrscheinlich Nebel oder Hochnebel bilden. Meine Thermik wird auf 800 Meter den Boden verlassen und die Tautemperatur in der Thermik beträgt minus 4 Grad. Und jetzt muss ich wissen, dass je höher meine Thermik steigt, desto tiefer wird der Luftdruck, deswegen wird auch die Thermik grösser, aber auch die Tautemperatur nimmt in der Thermik ab. Und du musst nicht gerade verstehen, warum das so ist, es gibt sehr verständlich physikalische Gründe dafür, aber das ist eine Tatsache, die du kennen musst. Mit anderen Worten, wenn meine Thermik steigt, wird die Tautemperatur in der Thermik immer tiefer sein. Und ich muss wissen, wie tief. Und um diese Frage zu beantworten, brauche ich die Mischungsverhältnislinie. Jetzt gehen wir von diesem Szenario aus. Meine Thermik verlässt auf 800 Meter den Boden, hat eine Tautemperatur von minus 4 Grad und meine Thermik steigt und steigt und steigt bis auf 4000 Meter. Und mit der Mischungsverhältnislinie erfahre ich, dass auf 4000 Meter die Taubpunkte von minus 4 Grad auf minus 9 Grad gesunken ist. Das ist eine redliche Abnahme. Und dies ist durchaus relevant, um herauszufinden, wo sich die Quellwolken bilden werden. Das ist auch die Grenze, die ich dann nicht überschreiten darf, weil wenn ich eine Wolke fliege, das ist weder eine gute Idee, noch ist das legal. Gut. Also, mit der Mischungsverhältnislinie finde ich heraus, wie jede Höhe, wie hoch die Tautemperatur ist. Und nun muss ich wissen, wie warm meine Thermik ist, bevor sie beginnt zu steigen. Und ich nehme so als grobe Referenz, das ist keine exakte Wissenschaft, aber so als Erfahrungswerte, nehme ich im Winter die Temperatur der Zustandskurve, der Atmosphäre plus 2 Grad und im frühen Sommer nehme ich die Temperatur der Atmosphäre plus 4 Grad ungefähr. Nun ist fast Winter, plus 2 Grad. Ich gehe davon aus, dass der Boden genügend warm wird, wegen der Sonneneinstrahlung, dass der Boden genügend warm wird. So, dass die darüber liegende Luftschicht um etwa 2 Grad erwärmt werden kann. Das ist auch das Minimum. Mindestens 2 Grad mehr muss es sein, mehr als die Temperatur der Atmosphäre, so dass die Thermik überhaupt beginnen kann zu steigen. Also meine Thermik wird wahrscheinlich am Anfang eine Temperatur von ungefähr 2 Grad haben. Das sind 2 Grad mehr als die Temperaturen der Atmosphäre. So weit kann die Luft geheizt werden. Sobald meine Thermik zu steigen beginnt, verliert sie 1 Grad pro Untermeter. Und diese Temperaturabnahme wird von diesen grünen Linien abgebildet. Also ich kann für jede Höhe herausfinden, wie kälter meine Thermik wird. Wie gesagt, 1 Grad pro Untermeter. Eine Abnahme von 1 Grad pro Untermeter. Und meine Thermik steigt, trockenadiabatisch. Es bildet sich keine Wolke, bis die Tautemperatur erreicht wird. Also da, wo sich die Mischungsverhältnislinie und die Tautemperatur kreuzten, auf dieser Höhe, das ist letztendlich die Höhe, wo meine Thermik die Tautemperatur erreicht. Und das ist ungefähr 1600 Meter. Das ist die Temperatur, bei der sich meine Quillwolke bildet. Da ist Game Over. Wenn ich schaffe, so hoch zu steigen, dann wird da das Spiel weiter gar nicht steigen. Sonst würde ich in die Wolke reinfliegen. Aber meine Wolke wächst weiter, solange die Temperatur in der Wolke höher ist, als die Temperatur der Atmosphäre, der Zustandskurve. Nun, weil Kondensationswärme frei wird, nimmt die Temperatur in der Wolke mit der Höhe langsamer ab, als in einem trockenadiabatischen Prozess. Mit anderen Worten, brauche ich jetzt eine andere Linie, die eine Temperaturabnahme pro Meter von im Durchschnitt 0,6 Grad abbildet. Und das ist die Feutadiabate. Das ist diese türkische gestrichelte Linie, die ich als Referenz nehmen muss. Das heisst, meine Thermik in der Wolke steigt weiter, solange die Temperatur in der Wolke höher ist, als die Temperatur der Atmosphäre. Aber irgendwann, hoffentlich, wird auch da der Punkt erreicht, wo die Wolke und die Atmosphäre die gleiche Temperatur haben. Das wird auf etwa 4200 Meter sein. Das ist letztendlich die Höhe, bei der meine Wolke aufhört zu steigen. Gut, das heisst für diesen Tag, vorausgesetzt, dass der Boden vom Schnee frei ist, weil sonst kann der Boden gar nicht geheizt werden, vorausgesetzt, dass eben der Boden die Luft überhaupt heizen kann. Dann, wenn ich das packen kann, könnte ich an diesem Tag in Jura bis auf eine Höhe von etwa 1600 Meter steigen. Spätestens dann ist es fertig, weil sonst würde ich eine Wolke reinfliegen. Aber meine Wolke kann durchaus weiter wachsen, bis auf eine Höhe von etwa 4200 Meter. Und erst dann ist dann fertig, weil eben die Wolke und die Atmosphäre auf dieser Höhe die gleiche Temperatur haben. Das ist schon eine ziemlich grosse Wolke, wenn man denkt, es ist spät Herbst. Aber es ist noch nicht so gross, dass sie für uns eine Gefahr darstellt. So interpretiert man Radiosondierungen. Ich hoffe, dass dir diese Einleitung nützlich ist. Und nun empfehle ich dir, selber zu versuchen, mehrere Radiosondierungen zu interpretieren, bis du damit gut umgehen kannst. Und dann, bis du damit umgehen kannst.